Das ist alles in Bewegung. Das sieht man, das ist da oben frisch angerissen und das ist frisch abgerutscht. Also hier ist die Welt an der Veränderung. Da kommt auch so eine Eisenblüte raus. Also wenn das das Bergbaugebiet war, dann ist das besser geworden. Das hat alles nachgeheben. Und da rüber, da sieht man ja was. Hallo und die Eisenblüte. Unsere Impulse. Und die Kursen. Hier verändert sich die Landschaft stetig. Und die Kursen. Die Kursen. Die Kursen. Die Kursen. Die Kursen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mal sehen, ob ihr was findet. Noch was. Tisch Wasser. Quarz, oder Quarzsitt mit Quarz, eine Mischung, das ist ja alles. Eingebrochen und es hat sich noch unterbewegt. Ja, Murmeltier rennt. Ja, da macht sich der hohe Bräutchen. 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 Die Lauterilmesse müsste jetzt passen. Die Lauterilmesse müsste jetzt passen. Die Lauterilmesse müsste jetzt passen. Die Fettbolster hat sich angefuttert. Der Winter ist der Oberlange. Das Wichtermobile. Und jetzt sieht man runter auf die Alme. Das ist eine Terrasse. Das ist schon schön. Oh, da fliegen die Adler. Vier Adler. Er hat einer erzählt, sogar fünf. Die greifen sich junge Schäfe, Kitze, Murmeltierchen, junge Ziegen, junge Gämsen. Die holt sich alles ins Nest. Unterhorcht. Sie, Viere. Vier Adler. Sie, wir sehen uns. Sie, wir sehen uns. 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 Abschalten muss ich hier jetzt sein.